Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Obwohl die Mauer selbst zum Ost-Territorium gehört, greifen die DDR-Grenztruppen nicht ein. Das erste Graffiti auf der Ostseite nimmt die Zukunft vorweg. Der Platz vor dem Tor wird in Besitz genommen, von Deutschen Ost und Deutschen West.